So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und es ist soweit eine Folge Ramses Minus. Es haben viele gesagt, wo ist denn dieses Format hin, warum machst du das denn nicht mehr? Es ist so viel los die ganze Zeit, ich komme überhaupt gar nicht hinterher. Man will alles machen, man will alles zeigen, man will alles. Andere machen so ein Video pro Tag und wenn sie kein Video machen, machen sie einen Stream. Und der Ramses macht dann ungefähr so drei Streams und fünf Videos und irgendwie ist es einfach nicht mit der Wahl. Jetzt habe ich aber gedacht, weil Pupsi gesagt hat, sie ist Level 49. Das ist Pupsis Account hier, ja? Pupsis Account, Level 49. Und Pupsi hat eine Aufgabe, die wird Level 50, wenn sie Rang 10 wird in der GO-Kampf-Liga. Jetzt kämpft die nie in der GO-Kampf-Liga. Jetzt hat sie mich gefragt, ob ich vielleicht mal bei ihr kämpfen kann und Rang 10 erreichen. Thomas hat heute auch gesagt, das kann sie selber machen. Die muss ja nur fünfmal kämpfen und schon ist sie Rang 5. Also in den ersten fünf Rängen muss man nicht gewinnen. Und dann muss man nur einen gewinnen pro Rang, so irgendwie. Und dann ist man trotzdem, hat man das Level ab. Aber egal, Pupsi ist halt Pupsi. Die hat es halt gar nicht erst probiert. Jetzt ist irgendwie die Hyper-Liga gerade da, wo das ist. Und deswegen habe ich gedacht, ich gehe jetzt mal hier rein. Wenn ihr hier mal guckt, ne? Guck mal hier, Rang 1. Drei Siege, drei Kämpfe, längste Serie 3. Wieso hat die denn aufgehört? Zwei Siege, drei Kämpfe. Na, da ist klar. Hat sie einen verloren? Da hat sie aufgehört. Aber hier, beim ersten, da hätte sie doch durchziehen können. Ich möchte jetzt also mal ein bisschen kämpfen und mal gucken, wie das so abläuft. Äh, damit ihr das, hier ist überall Müll, ne? Ich habe jetzt nicht aufgeräumt. Wir sind ja keine Profis. Deswegen tue ich da einfach jetzt unser Maskottchen hin, für den Dezember. Das lenkt ein bisschen vom Müll ab. Und ich habe bei Pupsi, ich habe genau das gleiche Team, was ich habe, bei Pupsi erstellt. Das heißt, sie hat auch ein Giratina, sie hat ein Labras und sie hat ein Machomai. Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Mit dem Machomai nämlich. Bei dem Machomai habe ich aber... Das kann Gegenstoß. Gegenstoß. Pupsi ist das eh egal, was da drauf ist. Ihr werdet bestimmt sagen, Gegenstoß ist die beste Attacke. Ich mache jetzt da einfach noch, äh, Kreuzhieb drauf oder so. Weil, ich habe meinen auch mit Kreuzhieb und... Mit Gegenstoß bin ich schon wieder komplett überfordert. Junge, das ist Vorbereitung. Das muss man doch davor machen. Kreuzhieb hier. Jetzt haben wir Kreuzhieb. So, und jetzt können wir auch in den Kampf gehen. Dann sagen wir starten. Aber einer ist hier eh schon gemacht. Das heißt, das was wir jetzt vergeudet haben an Zeit, das war sozusagen der erste Kampf. Ich habe genau in der Hyperliga diese drei Pokémon gebaut. Ich nehme jedes Mal Giratina, Labras und Machomai. Das heißt, jeder, der irgendwann mich mal herausfordert, der weiß schon, dass ich die nehme und kann entsprechende Konter nehmen. Macht das. Tut euch keinen Zwang an. Joa, und jetzt gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. So, da ist ein Pyroleo. Das ist aber schön. Da könnte man jetzt auf das... Ne, er wechselt zuerst. Okay, er wechselt. Nur wenn er wechselt, warum nicht? Ich meine, wir haben ja eh hier Drachenmoves. Da muss ich nicht wechseln. Ihr wisst, wer zuerst wechselt, verliert. Er hat zuerst gewechselt. Das heißt, er verliert. Und er muss auch schilden, weil er sonst verliert. Also, wir haben den schön hier an der Nase rumgeführt. Wie ihr seht, wir müssen eigentlich kaum was machen. Wir schilden auch mal, weil er hat ja geschildert. Weil er geschildert hat, schilden wir auch. Und dann, das dürfte jetzt eigentlich kein Problem sein. Alles. Wir machen auch mal hier weiter. Denn entweder ist er tot oder er nimmt sein zweites Schild. Und dann ist er ein gefundenes Fräsen. Und er sieht Pupsi mal, wie leicht das ist. Er schildet nochmal und hat keine Schilder mehr. Aber er ist natürlich trotzdem tot. Vor mir. Und wir können weitermachen. Denn er holt einen Markbrand rein. So, jetzt haben wir ja immer noch unser Labras, was auch Wasser hat. Und er hat natürlich keine Schilde mehr. Das heißt, sobald wir den Surfer voll haben, können wir da schön drauf. Wir müssen aber irgendwie gar keinen Stress machen. Sag mal. Irgendwie da ist die Verbindung schon wieder weg bei dem. Oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall, er greift nicht mehr an. Dann halt nicht. Und jetzt kommt er mit dem Löwen wieder rein. Da, der Löwe, der macht was. Ist das nicht schön? Der Löwe, der ist auch irgendwie normal. Da können wir doch mit dem Macho mal draufhauen, oder? Guck dir das mal an. Eins, zwei, drei. Und der Löwe ist auch tot. Pupsi. Und das wäre schon Rang zwei. Glaube ich. Wenn man jetzt die anderen schnell verliert oder skippt, ist man dann, glaube ich, schon Rang zwei. 44 von 50. Das sieht gut aus. Wir gehen jetzt weiter rein. Machen gleich das nächste. Ich sehe schon, es tut auf jeden Fall gut, dass wir im Stream jetzt immer Let's Go Pikachu gespielt haben und dann Leuchtende Perle gespielt haben und auch aktuell noch Leuchtende Perle spielen. So, dass man sich mal mit den ganzen Typeffektivitäten ein bisschen auseinandersetzt von Pokémon, die man sonst so nicht großartig auf dem Schirm hat oder sieht. So, der wechselt jetzt wieder. So, der wechselt jetzt wieder. Er hat Grisselia. Grisselia finde ich richtig scheiße. Da habe ich nämlich immer keine Ahnung. Das ist jetzt hier Psycho. Das heißt, theoretisch müsste ich ja vielleicht mal mit Geist vielleicht da drauf. Und auch mit unter anderem oder auch nicht. Ich weiß nicht, was der macht. Der hat... Normal hole ich immer Labras rein, mache irgendwelche Moves. Hohengewalt? Naja, bin ich schon wieder rausgeholt. Machen wir mal Schattenstoße. Der hat jetzt gesehen, wir haben hier so Drachenmoves. Lässt er sich nicht weiter aus dem Konzept bringen. Jetzt muss ich mal gucken, ob das passt. Geist. Zack. Sehr effektiv, aber es macht halt trotzdem nicht wirklich Schaden. Also ich glaube, bevor ich nochmal auf Geist gehe, mache ich wohl lieber nochmal Drache. Der ist nämlich schneller fertig und dann können wir nämlich... Dann würde das reichen, genau. Mach mal es so. Mach mal einfach hier. Hm, 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 hm. Ist voll. Einmal Angriff. Ja, was soll ich machen? Ich kann ja nicht auf Macho mal gehen. Mit Psycho haut er das direkt um. Und beim Labras, die meisten, die Grisilja reinnehmen, haben eh Strauchler. Und machen Faxen. So, jetzt könnte man überlegen, dass... Wir haben den Move eh gleich vor. Ich wehr es nochmal ab. Ich wehre es nochmal ab und versuche, ohne den Move einzusetzen, den Rest vom Grisilja runterzuhauen. Mein Move mitzunehmen auf... Zumpegs. Ja, Zumpegs, da könnte man jetzt das Labras reinholen. Aber auf der anderen Seite... Haben wir jetzt das Schild raus. Ja, gut. Wir haben schon die nächste Drachenklaue vor. Also, pff. Giratina ist so ein Klotz. Spielt ihr auch Giratina? Ja, nein, vielleicht. Kreuzt an. Zettel liegen aus. Raps ist wieder. Raps ist zurück. Da freut sich die Leute wieder total. Weiß ich nicht. Sitzt man halt hier da. Macht hier Selbstgesprächsstunden. Oh mein Gott, jetzt habe ich... Ach nein, ich habe doch auf Labras gedrückt. Ich habe gar nicht geguckt, auf was ich gewechselt habe. Das ist okay, das ist okay. Solange er kein Erdbeben macht... Er macht Surfer. Kann ich den nämlich ganz gut, ne? Mit so einem eigenen Surfer. Wir surfen uns gegenseitig an. Kann ich mit einem eigenen Surfer nämlich... Wow! Guckt euch den an. Der ist ganz blau geworden. Von dem vielen Wasser. Jetzt sagen die Leute wieder, ja, das sind ja gar keine richtigen Gegner. Das sind im Endeffekt ja eh nur... Jetzt wäre Eis ganz gut. Das sind eh nur irgendwelche Bots. Die lassen dich gewinnen. Oh mein Gott, exactly what I need. Also... Ne, ich bin guter Dinge hier. Ich bin richtig guter Dinge, ne? Dass der jetzt nen... Und ich das überlebe. Egal was der macht. Egal was du machst. Drachenpuls. Oh gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber... Wir greifen an mit Eis. Also, was willst du tun, Mann? Hier. Noch ein Surfer hinterher. Reicht. Muss reichen. Fertig. Fühle mich jetzt schon besser, als wenn ich Perle zocke. Weil hier habe ich irgendwie schon fast ein Gefühl drin mit... Ich kenne mich aus mittlerweile. Ein bisschen zumindest. Ich werde gleich verlieren. Ihr werdet es sehen. Das wird nicht lange gut gehen. Das ist... Ist klar. Das ist die Hitze hier Stufe 1. Also, was willst du da erwarten? Das sind jetzt nicht die weltbesten Spieler. Für mich ist das schon jemand... Jedes Match, jeder einzelne Kampf, den ich gewinne, ist für mich ein Highlight. Wo jeder andere sagt... Sag ich... Oh mein Gott, ich habe es. Mick! Ja, ran ans Mike hier. Jetzt wird gesteppt. Ich sage dir... Grand Bull. Den finde ich auch richtig doof. Der macht mich auch kaputt. Da wechsle ich mal auf mein Labras. Das hält nämlich gut was aus. Das Problem ist, dass meistens die dann auch wechseln. Der wechselt nicht. Finde ich gut. Bleib mal drin. Du bleibst drin. Und ich kann dich besiegen. Ist das ein fairer Tausch? Er wechselt doch gleich, oder? Der wird doch nicht so drin bleiben. Der hätte mich zerfetzt und alles andere auch. Ich habe keine Ahnung, was der jetzt wieder für Moves hat. Grand Bull. Knirscher! Jumai, siehst du? Das hätte dem Giratina auf jeden Fall geschadet. Aber dem Labras, der steckt das einfach weg. Da knirschelt es kurz am Panzer und dann war es das. So. Hier. Zack. Und jetzt hat er keine Schilde mehr. Was willst du tun? Guck dir das mal an. Wir machen so viel Schaden. Und jetzt... Ein nasser Hund. Ihr wisst, wie das riecht. Der wird einfach weggespült. Wusch! Oh mein Gott. Nein, nicht XR, egal. Giratina. Und guckt doch mal. Wir haben immer noch Labras. Wir haben doch Eis. Jetzt habe ich mich natürlich... Jetzt hätte ich... Ich bin so bescheuert. Jetzt hätte ich auf Eisstrahl gehen können. Anstatt auf Server natürlich. Aber weil ich mich wieder nicht konzentriert habe, habe ich den einfach durchgedrückt. Und jetzt werde ich wahrscheinlich gar nicht mehr zum Eisstrahl kommen. Weil der mich vorher wahrscheinlich umbringt. Ich meine, wir haben doch zwei komplette Schilde. Es ist 0 Uhr 5. Oder, 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 oder. Los, 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 los. Mach mal den... Hätte ich Surfer gemacht, dann wäre der jetzt tot. Und hätte sein Move gar nicht mehr machen können. Jetzt kam ich nicht zum Surfer. Und jetzt will ich den Eisstrahl machen oder was. Und jetzt ist er eigentlich auch schon fast tot. Also, es hätte wirklich beim allerersten Mal am Anfang... Hätte der sitzen müssen, dann wäre das alles optimal gewesen. So haben wir jetzt sinnlos zwei Schilder verbeutelt. Okay, Labras macht einfach alles alleine. Jetzt haben wir sinnlos zwei Schilder verbeutelt. Und im Endeffekt... Boah. War schon alles gesagt, genau. So, Labras hat das Ding gemacht. Guck mal, Pupsi hat sogar einen Mundschutz auf. Das ist auch gut. Halb nackt, aber Mundschutz kann man mal machen. Gehen wir mal hier drauf. Gehen wir auf den nächsten. Einer ist ja noch da in dem Set. Das Handy wird schon wieder heiß. Junge, Junge, Junge. Vielleicht sollte ich es mal vom Stromkabel abziehen. Weil eigentlich brauchen wir ja jetzt... So. Eigentlich brauchen wir jetzt keinen Strom. Das müsste ja auch ohne gehen. Gieriges Tina gegen Aquana. Auch interessante Kombination. Auf 2-2. Ramses, die Bots. Die Bots. Die setzen auch keine Schilde ein, Ramses. Guck. Lassen sich da einfach wegsnacken. Aber das ist ja gut für den Einstieg. Ja, also wenn ihr jetzt wirklich mal nichts... Wenn ihr nicht wisst, was für ein Team ihr nehmen sollt, nehmt einfach das, was ich jetzt hier hab. Das ist doch ganz cool. Äh... Lux... Dra... Rallala. Oder, wie wir es nennen, Bierpower. Ist ein Insider. Wisst ihr Bescheid. So, wechselst du nochmal? Kannst du doch gar nicht. Wäre aber lustig gewesen, jetzt nochmal zu wechseln. Was kann der? Nix. Psycho-Beißer. Ich kenn nur Pfeffer-Beißer. Da ist mir das jetzt egal, was der da macht. So, wir legen es jetzt mal drauf an. Nehmen den Move mit. Zum nächsten. Und egal, wer der nächste ist, der kriegt jetzt einfach hier noch eine Drachenklaue drauf. Ein Impagator. So. Schön abgewehrt. Ist natürlich nur Wasser. Der könnte, glaube ich, auch Eis attacken. Das Giratina ist eh gleich weg. Das ist egal. Das hat seinen Dienst geleistet. Das hat uns gut getan. Jetzt hat er den auch abgewehrt. Jetzt könnten wir natürlich mit Labras rein. Warum nicht? Sieht erstmal komisch aus. Aber eigentlich dürfte der jetzt nichts haben, was uns großartig gefährlich wird. Egal ob Wasser oder Eis. Das dürfte eigentlich beides jetzt nicht so brutal sein. Knirscher. Andersrum irgendwie ungefähr genauso. Jetzt kommt er wieder mit Aquana. Ja, 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 ja. Dann kriegt Aquana halt jetzt hier den Server ab. Ist ja keine Hydrobumpe. Kann Aquana irgendwas anderes? Ich glaube, wir lassen das durch und wechseln mal auf, äh, Machomai. Und schlagen dem Aquana den Rest einfach, äh, vom Sockel. So ungefähr. Und dann kann sich das vielleicht schon aufladen. Damit wir dem Impurgator hier auf den Bauch hauen. So, mein Freund, ich habe noch ein Schild. Was sagen sie jetzt? Kommt das Schild noch zum Einsatz? Das Schild nicht, aber... Ja, wir können hier nochmal wischen. Machen wir jetzt hier rechts mit der Hand, mit dem Daumen. Können auch mit der Nase wischen. So, das ist auch weg. Das heißt, es müssten jetzt vier Kämpfe, vier Siege sein im ersten Block. Ich habe normalerweise immer dann, äh, drei Sets gespielt in einer Folge. Dass das dann ungefähr... Es sind schon wieder 15 Minuten. Dass das halt ungefähr, äh... Ihr wisst ja, was ich meine. Dass das ungefähr eine Stunde geht. Dreiviertelstunde bis eine Stunde. Hier ist ein Pyroleo irgendwas. Was ist denn hier? Es hängt schon wieder. Das heißt, die haben den da rausbekommen. Und direkt... Und direkt eingesetzt. Was ist denn der so aggressiv? So, jetzt aber einfach Knabel. Einfach Nabelsaft. Wie wäre es denn hiermit? Ich habe doch mal was vorbereitet. Das ist ja wie ein Raid-Boss. So, jetzt aber. Bleib drin, Junge. Ich habe noch was zu tun heute. Eins, zwei und noch eine Drei hinten an. So. Jetzt. Erster Fang des Tages. Mir ist aufgefallen. Dass Pupsi im Prinzip weder Raids macht. Noch Pokémon fängt. Noch, äh... Ich glaube, eine Arena dreht sie. Sie setzt sich immer in die Arena. Und das war's. Also, wenn ich mir das hier mal angucke, in dem, äh... Im... Moment, hier im Tagebuch. Und sehe dann auf einmal... Na gut, jetzt steht das alles da. Hier, wenn ich das so sehe. Zwölfter, 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 da habe ich was getauscht. Okay. Und dann, hier, Arena Pokestop. Vierzehnter, Arena Pokestop. Fünfzehnter, Arena Pokestop. Also, es ist ja schön, dass sie sich mit ihrem Account jeden Tag in die Arena setzt, sozusagen. Aber sie fängt nicht mal ein Pokémon. Ich setze mich in die Arena, fange das Pokémon, was daneben ist. Und dann setze ich den Nächsten in den Nächsten. Also, irgendwas ist da... Da muss ich immer das nochmal irgendwie sagen, vielleicht. Dass da vielleicht sich drauf achten kann. Das wäre auf jeden Fall nämlich sonst schade. Pässe sind auch alle da. Egal. Wir gehen jetzt hier weiter rein. Machen die nächste Runde. Die ganze letzte Zeit hat sie ja gerade in der Hibo-Gruppe immer gesagt. Hier, jo, sie würde dann auch noch ein Raid machen oder alles. Da wusste ich wenigstens, wenn sie einen Raid macht und mit dabei ist, das passt und alles. Aber ich sehe, dass halt wirklich sie halt einfach keine Zeit hat. Sie hat einfach keine Zeit. Was ist das Problem? Tut mir natürlich in der Seele weh. Sieht man ja. Mein Herz blutet. Aber was soll man machen? Ich habe ihr auch mal angeboten. Ich könnte ihren Account ja auch immer mitsetzen. Aber sie sagt immer, ah, nee. Ich will dann noch ein Raid machen oder so. Aber wenn ich jetzt sehe, dass im Prinzip gar keine Raids stattfinden oder sie gar keine macht. Muss ich mich jetzt darum auch noch kümmern. Habe ich noch einen Account mehr? Klar soll... Aber ja, gut. Ich muss ja jetzt schon die Kämpfe hier für sie machen. Ist das dann noch ihr Account oder ist das dann schon meiner? Pupsi Pupsi Pupsi. Sie ist übrigens nicht sauer gewesen, dass ich den ganzen Sternstaub bei ihr ausgegeben habe. Wer das gesehen hat, ich habe mal ein Video gemacht. Ich gebe... Ich gebe den Sternstaub meiner Freundin aus oder irgendwas. Oder ich gebe Pupsis Sternstaub aus. Habe da einfach mal etliches bei ihr entwickelt und gepusht und entwickelt und gepusht und weggeschmissen und gepusht und noch mehr entwickelt. Und da hat sie von 6 Millionen nur noch 10.000 gehabt. Und sie so... Ja, ist okay. So. Ist okay. Ist okay. Ist okay. So. Habt ihr auch eine Freundin, die Pokémon Go spielt? Oder habt ihr einen Freund, der Pokémon Go spielt? Also jetzt auf Beziehungsebene irgendwie so. Schreibt es mal in die Kommentare. Kraftkuloss. Alles sinkt. Verteidigung. Angriff. Alles sinkt. Oh mein Gott. Ich glaube, da werde ich sogar nochmal abwehren. Weil ich so guter Dinge bin, dass ich meinen Move mitnehme und den nächsten Move noch auflade. Und der Letzte kriegt einfach alles drauf gepfeffert. Egal, wer da jetzt reinkommt. Wer ist es? Es ist ein Typ normal. Ja toll, das ist Letterking. Hätte man jetzt auch das Maromai holen können. Aber wir haben jetzt extra schön hier aufgeladen. Wir machen also mal diesen. Und danach machen wir noch den hier. Und bis der aufgeladen hat und angreift, ist er eh schon tot. Ramses, es sind die Bots. Es müssen die Bots sein. 2096. Pupsi, du hast Glück, dass du jetzt erst anfängst, das zu machen. So kann ich hier glänzen, indem ich alles hier winne. So nenne ich dann auch den Titel. Ich gewinne alles für meine Freundin. Ja, ich gewinne alles für Pupsi, muss das heißen. Für meine Freundin klingt so behindert. Pupsi klingt zwar noch behinderter, aber so Pupsi. Aber das gehört wenigstens zum Kanal. Adi, Adi Schatz. Der Adi frisst seinen Fuß. Und dann sagt die immer, der hat Käsefüße. Vielleicht hat er einfach nur eine Käsezunge. Die er immer an seinem Fuß rumschlägt und der Fuß dann nach Zunge riecht. Mach doch weiter, guck doch nicht. Adi, es kommt kein Gegner mehr. Was ist denn jetzt? Hier. Was ist denn jetzt hier? Fehler. Hoben wir schon mal den Staub ab. Vielleicht sehen die dann, oh, der hat Staub. Da können wir was machen. Ich hätte mal gucken können, wie viel Staub sie mittlerweile wieder hat. Dafür, dass sie nie spielt. Mako, 10 ist am Start. Mit einem schwarzen T-Shirt. Uh, was haben wir denn da feines? Monsieur Mako. Mako, Mako-Chan. K-Pilz. Bababam, bam, bam. Bababam, bam, bam. Hm. Der könnte Kampfattacken vielleicht auch. Eigentlich wollte ich Pflanze sagen. Jetzt weiß ich nicht mal mehr, was Samenbumpen ist. Wahrscheinlich auch Pflanze. Was ist denn der hier? Was ist denn das? Das ist eigentlich egal. Wir schmettern da eh drauf rum. Jetzt habe ich natürlich, glaube ich, schon den Move aktiviert. Also ich könnte jetzt gar nicht mehr ohne Move weitermachen. Obwohl, wenn er jetzt angegriffen hat, würde ich den Move gar nicht mehr brauchen. Ja, er hat das schon drin. Ah, der ist schon eingeloggt, sagen sie. Eingeloggt. Warum kann ich nicht im Stream so entspannt sein wie jetzt? Einfach da sitzen, einfach irgendwas erzählen, einfach irgendwas machen. Nein, da gibt es ja den Chat. Der Chat macht komische Sachen. Da muss man immer zu gucken, was der Chat macht. Und dann ist man total abgelenkt. So, Freundchen. Du bist ein Gift. Ich habe leider... Nichts? Nichts gegen Gift? Scheiße, ich glaube, der Stuhl geht gerade wieder kaputt. Boden wäre doch sowas. Ich habe aber keine Bodenattacken. Ich glaube zumindest, dass es Boden sein könnte. So, nochmal. Ja, komm. Egal. Das letzte kann nicht so schlimm sein. Er hat dann eh nur noch eins. Wir haben noch zwei. Das dürfte passen. Also, das ist nicht mal Ramses Minus. Das ist einfach nur Ramses Null. Halt so ohne was. Hat auch gepasst. Konnten wir uns auch jetzt entspannen. Wir haben wieder einen Imperator. Der hat doch keine Schilde mehr. Man hätte natürlich auf Nummer sicher gehen können, hätte die Drachenklaue hier am Ende gemacht. Nicht, dass der noch einen Move macht. Aber er hat ja keinen gemacht. Wir haben es überlebt. Also, alles passt. Alles paletti. Auch hier mit Giratine. Also, wenn ich ihr das so gezeigt hätte und gesagt hätte, nimm dieses Team. Einfach HHH eingeben, damit du in der Hyperliga die drei hast. Mach das vorne und dann mach einfach irgendwas. Hätte sie theoretisch eigentlich keine großen Probleme erst mal gehabt am Anfang. Wenn man sowieso das meiste gar nicht gewinnen muss und trotzdem immer aufsteigt, weil Rang 10 halt nix ist, sollte diese Aufgabe Rang 10 erreichen einfach ein Kinderspiel sein. Für Level 50 hätte man eigentlich machen können, erreiche Level 20 in der GWL. Das wär's doch. Viele Aufgaben waren wirklich ein bisschen fordernd oder halt ein bisschen langwierig. Aber Rang 10 klingt erst mal fies, ist aber eigentlich halt wirklich nix. Ist halt wieder was, was in dem Sinne erst mal Zeit raubt. Wenn ein Kampf sich so zieht und ein Kampf so lange geht. Aber so richtig schwer ist das theoretisch jetzt nicht. Man hat immer mal einen Glückstreffer, wo man mal den Kampf gewinnt, obwohl man den gar nicht gewinnen wollte. Super Sani. Eigentlich hätte ich ja Musik mal anmachen können im Hintergrund, der die ganze Zeit rumläuft und macht, aber pff. Hier sind keine Profis, wie gesagt. Hier ist nicht aufgeräumt, da ist jetzt das Lucario da, das muss hier alles überdecken. Gleichzeitig hier sowas. So, er hat gewechselt. Auf, also, auf was hat er denn gewechselt? Ich kenne überhaupt nix. Auf jeden Fall ist es Unlicht, da können wir mal mit Kampf trumpfen. Versuchen. Aber ich hab keine Ahnung, was der macht, der überrascht mich wieder. Ich muss das jetzt ausspielen, dass ich Machomai habe und eigentlich im Vorteil bin. Na, okay. Schmarotzer. Da hab ich wieder überschätzt. Machomai, Machomai, Machomai. Er hat am Anfang einen Clurak gehabt, das heißt, das Machomai von uns wäre auch eine feine Sache. Da kann man ja auch so einen Steinhagel draufknallen. Lassen wir mal einen Schmarotzer durch. Ansonsten hast du Lapras mit seinem Surfer. Hat halt leider eine Eisattacke als schnell. Als Quick Move. Kennt ihr die Schnellmoves, ja? Vor allem hab ich, ich selber muss ja auch mal spielen, diese Saison. Ich muss meinen ja auch wieder auf Level 20 bringen, damit ich dann die Moves krieg. Ach, wir machen einfach nochmal Wuchtschlag, äh Kreuzschlag, äh Kreuzkante, Kreuzhieb. Irgendwas machen wir auf jeden Fall mit Kreuzen. Kreuzhieb, genau. Der wehrt nämlich ab. Jetzt sind wir eh gleich tot. Aber er hat wenigstens seinen Move gemacht, deswegen lassen wir den durch, dass er gleich nicht noch einen hat. Und holen wir das Lapras rein, um aufs Surfer zu gehen. Auch wenn wir jetzt erstmal mit Eis angreifen, haben wir ja gleich den Surfer voll. Der geht ja fix hier, ne? Er darf zuerst. Ja, ist egal was du hast. Du besiegst mich nicht. Schau. Drachenklaue macht nichts. Aber wir machen Surfer. Der kommt auf jeden Fall gut. Futsch! Und dann ist er weg. So schwarz wie er war, ist er gleich. Oh, Eis! Guck dir das an, das Eis, ja. Jetzt müssten wir aber gucken. Halten wir es durch und kommen bis zum Eisstrahl, bevor er uns umbringt. Gegnerischer Tag, ich habe noch mein eines Schild aufgehoben. Eine Pflanze, die ist lustig. Jetzt der Eisstrahl. Zack! Und damit hat er nicht gerechnet. Und schon haben wir den auch noch weg. So. Fertig. Nächstes Match. Es läuft, würde ich sagen. Es läuft. 27 Minuten. Oh mein Gott. Exactly what I need. Hey, vorhin war es 15 Minuten, da waren die ersten 5 Matches um. Jetzt ist es gleich eine halbe Stunde. Sind wir nicht erst beim dritten. Ich hänge hinterher. Also es ist... Ja gut, vorhin waren es ja auch nur vier. Stimmt. Das heißt, es wird wahrscheinlich wieder so eine 45 Minuten Folge werden. Mit... Eigentlich könnte man ja eine Stunde voll machen. Komm, wir haben so lange kein Ramses Minus mehr gespielt. Die Hardcore-Fans, die das unbedingt brauchen, die freuen sich, wenn es eine Stunde statt 45 Minuten geht. Und wer 45 Minuten guckt, dem gefallen die Zusatzminuten dann erst recht, sag ich mal. Wer sagt, ah, das Video geht 45 Minuten, das gucke ich mir gar nicht an. Dem wäre es ja egal, ob es jetzt 45 oder eine Stunde geht. Wer sagt, oh, 45 Minuten, reinste Kost, der freut sich über die 15 zusätzlichen noch mehr. So, der könnte Spukball haben, deswegen... Wählen wir das mal ab. Ich meine, er hat uns das ja auch abgewehrt. Das ist immer so ein... Wenn er zuerst schildet, dann können wir ihn hinterher schilden. Er ist ja sowieso der, der zuerst schildet. Also hat er eh einen Nachteil, gehe ich immer von aus. Und ansonsten ist auch das Mewtwo hier jetzt nicht unbedingt das große Problem, würde ich so sehen. Schildet nochmal. Na, wollen wir auch nochmal schilden? Oder wollen wir denken, dass der nur... Wir gehen lieber auf Nummer sicher. Wenn wir jetzt denken, er greift nur mit Donnerblitz an. Und er greift nur mit Donnerblitz an. Okay. Ich würde sagen, wenn er uns jetzt mit Donnerblitz gelockt hat und dann haut er den Spukball raus, das möchte ich nicht. Dann lieber so. Akani habe ich, glaube ich, entdeckt. Das heißt, wir könnten jetzt aber wirklich... Ach, wir lassen das Giratina einfach drin. Ist doch egal. Einfacher Typ, einfach mit Feuer. So. Der macht ja eh nicht viel Schaden. So wie es aussieht, macht er überhaupt gar keinen Schaden. Wahrscheinlich ist er schon wieder aus der Verbindung rausgeflogen oder... Ich habe keine Ahnung, wieso das so ist. Es nimmt auf jeden Fall bei mir nichts ab. Oder? Und oben kreiselt es die ganze Zeit und... Ne, er ist jetzt rausgegangen. Weil wir so heftig sind. Oh mein Gott. Ich habe die ganze Zeit den Bildschirm zugehalten. Das tut mir aber leid. Das tut mir so leid. Und noch ein... Und noch ein... Um die 5 voll zu machen. Schnell, aber jetzt hier 30, 33. Nicht viel... Quatschen. Quatschen. können. Das Duell hat man doch eben schon. Ja, mit seinen komischen Feuerattacken, aber gut. Wer weiß, bis der angreift. Was ist denn jetzt schon wieder? Er greift wieder nicht an. Ist das derselbe? Haben wir den eben schon gehabt? Hat er mich jetzt wiedererkannt? Oh, jetzt greift er an. Damit das Labras uns nicht wegschmilzt. Kein Problem. Das ist Eis und Wasser. Das heißt, das ist neutral. Das ist nicht sehr effektiv. Das ist nur effektiv oder so. Das ist abgewehrt. Wir können jetzt auf unseren... Der steht so ruhig da. Bewegt er sich nicht normalerweise? Ich dachte trotzdem, der bewegt sich, wenn er angreift. Und man hat da was drin. Wenn ich sehe, dass es jetzt schon wieder so lange dauert, bis der Angriff durchgeht, dann steht eigentlich sogar fest, dass der Gegner schon wieder rausgeflogen ist. Aus der Verbindung, glaube ich. Auch hier, guck. Es geht nicht einfach weiter. Es dauert, es dauert. So als würde der andere wirklich hier was weiß ich machen. Dann wechseln wir jetzt mal aufs Machomai. Guck, es greift nicht an. Ja, da müsste Lucario zurückkommen. Auch nochmal mit Stahl drin. Und er kriegt dann auch noch eine gematzt. Hier. Der wählt nicht aus. Ich meine, jetzt könnte er ja gar nichts mehr auswählen. Jetzt wäre es ja eh so, wie es ist. Und es steht einfach stocksteif da. Willkommen zur diesjährigen GBL-Meisterschaft. Oh mein Gott. Aber Pupsi, du hast es geschafft. Du hast bisher alles gewonnen. Das ist der neunte jetzt in Folge. Das wird deine neue Siegesserie, glaube ich. Würdest du dich bestimmt auch freuen. Das mache ich jetzt einmal und dann nie wieder. Was ist denn jetzt? Fehler bei der Sp... Na, ich wollte schon sagen. Ich habe doch jetzt voll... Dann geben wir hier noch das. Geben wir noch das. Noch ein Bogamon. Ein Azumarill. Ui. Eigentlich hätte man da auch den Schnellfang drin machen können, dass der vielleicht schneller drin ist. 33. Ja, wenn ich noch zwei Sets spiele, habe ich vier Sets und dann habe ich bestimmt... Alter. Was schmeißen die dir hier alles hinterher? Ressler-Pikachu-Sachen, Zeugs, Kleidung, Accessoires, Acesores, gehen dir Acesauer. Weil wir es morgen Community Raid. Also jetzt, ich nehme das gerade in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf. Da ist es so Community Raid. Ähm. Je nachdem, wie am Donnerstag die Raids verlaufen, mit Äh... Shiny Glaziola. Würde ich am Freitag bis Pupsi kommen nochmal Glaziola-Rades machen? Oder ich mache keine Raids, also keine Streams und lade einfach diese Folge dann hoch. Dass ich diese Folge am Freitag hochlade, wo eigentlich streamfreier Tag ist. Dass die Leute da was Großes, Langes, Fettes zum Gucken haben. Meinst du dich? Äh... Was macht der da? Der sieht aber interessant aus. Also Pokémon mit nur einem Typ, die sind auf jeden Fall sehr anfällig, wenn man irgendwas hat, was dagegen gut wirkt. Wie man sieht, muss man nicht mal irgendwas haben, weil man kann ja auch einfach so tun. Ich habe das eben durchgelassen, ich habe gar nicht aufgepasst. Jetzt müssen wir mal hingucken, was der macht. Der macht einen Wuchtschlag. Bam. Zwei, vier, acht, sieben. Hm. So, was hat er jetzt? Holt er wieder seinen Max Sachs rein, weil das Max so gut sackt oder ein Glaziola. Oh, oh. Ist es denn so, dass jetzt hier Kampf gut gegen Eis ist? Dann werden wir jetzt mal... Ich wollte das Machomai und nicht das Labras. Gibt es das nicht mit Sprachsteuerung? Naja, egal. Dann machen wir es halt jetzt so. Ist egal. Dann können wir schon mal, wenn es ein maximaler Sack dann wieder reinkommt, also der Max Sachs, können wir schon mal den Eisstrahl uns aufheben und den dann da drauf knallen. Gut, das werde ich jetzt nicht direkt schaffen. So an sich, wie ich das jetzt gerade vorhabe. Ich hätte einen Surfer machen müssen, dass das weg ist, aber dann habe ich keinen Eisstrahl mehr übrig. Also. Versuchen wir es jetzt so lange, bis... Guck mal, der zweite Eisstrahl ist eigentlich voll, aber irgendwie wird er trotzdem nicht voll angezeigt. Hm. Verstehe ich nicht. Normal müsste ich jetzt einen machen dürfen und der zweite müsste auch voll sein. Es geht ja eh nicht weiter. Wir lassen wir mal einen Surfer machen. Das muss ich mir jetzt mal angucken. Wehe, der ist jetzt nicht voll. Er ist voll. Er ist voll. Gut. Maximaler Sack. Max Sacks. Das ist keine Beleidigung gegenüber jemandem, der Max heißt und man sagt, dass der doof ist oder so. Max Sacks. Sondern es ist ein maximaler sinnlos. Jetzt habe ich so lange hier rumgeeifelt, dass das Ding mich jetzt auch noch angreift, oder was? Hauptsache, der ist Best Buddy. Mit Nachtteam. Gut, this is dead. Wie ein englischer Vater. Das ist tight, wie englische Hosen. Isboy ist übrigens heute also in der Nacht vom 15. auf den 16. hat er Isboy gesagt, dass er jetzt wieder im Flugzeug sitzt und zurückfliegt. Er ist von seiner AIDA-Tour jetzt auf dem Weg wieder nach Hause und kommt dann irgendwann an und wollte ja deswegen dann im Januar irgendwie irgendwas planen und irgendwas machen. So, da haben wir. Komm, wir holen gleich mal den Dicken rein und versuchen uns gegen den Unlichtanteil zu wehren. Ich weiß jetzt nicht, was der macht. Mülltreffer. Ne, der hat finster Aura. Dann halt kein Mülltreffer. Aber er wechselt wenigstens nicht aus. Das ist schon mal gut. Bleib halt mal drin. Du bleibst drin, ich bleib drin, wir bleiben alle drin, wir gucken uns das alles an. Da du schon ein Schild eingesetzt hast, kann ich jetzt auch eins einsetzen, ganz gemütlich. Ja, jetzt kommt natürlich wieder Felinara. Das ist natürlich jetzt nicht so fein. Ich müsste mein Labras wieder reinholen. Labras! Schnell! Toll. Jetzt ist das Labras schon tot. Ach, das ist warum mein Tod? Ich konnte noch gar nichts machen. Hier. Ach man, wäre ich drin geblieben am Anfang und hätte nicht gewechselt und hätte dann, wenn er das Felinara reinholt, das Labras und hätte noch mein Machomei dabei, aber nichts. Wir wissen schon, wie sie es machen. Jetzt müsste er aber trotzdem, will er das jetzt opfern oder was? Das darf er eigentlich nicht. Ich brauche das. Das heißt, ich gehe auf Nummer sicher. Schild mal. Der Psycho-Stock hätte uns eigentlich nicht umgebracht. Psycho-Stock. So, was hat er am Anfang gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Muss ich nochmal gucken. Metacross. Jetzt habe ich auf Eisstrahl gedrückt. Das würde aber trotzdem irgendwo passen, weil das Giratina, Geistattacken hat sie gegen Stahl, wo ganz gut sind. Ich müsste nur das irgendwie mal reinholen. So, hat er jetzt Schiss und will jetzt wechseln? Lass uns mal durch. Psycho-Käse. So, jetzt kommst du. Du machst jetzt hier den Sack zu, habe ich gehört. Genau. Das sieht gut aus. Achso, das Slymog ist auch noch da. Verdammt. Ich habe das Slymog unterschätzt. Also, habe ich nicht mehr auf der Karte gehabt. Und das kann natürlich noch abwehren. Es sieht aber trotzdem gut aus. Wir gehen noch auf Nummer sicher. Wir schilden deshalb jetzt. Dann dürften wir es mit der nächsten Drachenklaube eigentlich niederringen und beim Metacross dürfte es reichen, zwei, dreimal einfach fix anzugreifen. Es hat noch einen Move. Das reicht nicht. Das ist schwach. Also, sehr effektiv, aber es ist schwach. Guck. Das ist nur so ein halber Move, wenn du es so richtig nimmst. Ein halber Move, bitte schön. Knaus mit dir, du bunter Haufen. Und? Und er ist weg. Ja, das war schon Knabber. Rei. Knapp und knabber. Pupsi, freu dich. Yes. Einmal in die Höhe. Wann hat sie schon eine Medaille erreicht? Richtig fett, oder? Pupsi und die Medaille. Jetzt neu. So. Das ist dann die vier und theoretisch, wenn man noch eins machen müsste, dann ja eh schon auf der fünf sein. Das ist dann die Hälfte der Miete. Ja, wenn ich für den Freitag danach nochmal eine Folge vorbereite, von fünf auf zehn, dann müsste das doch eigentlich genau passen. Brigaron, Kampf und Pflanze. Oh, da muss ich mit Eis hin. Aber ich bin ja Wassertyp, wenn ich Labras nehme. Und dann greift der mich ja an. Das ist immer so blöd. Jetzt kommt er mit Impergator. Jetzt trotzdem wechseln. Wir wechseln auch mal aufs Labras. Jetzt haben wir hier das Wasserzeug gegeneinander. Die können sich hier gegenseitig so ein bisschen hin und her. Wenn er trotzdem seinen Brigadon dann wieder reinpackt, dann trifft er ja mit den Quick Moves Eis. Der ist trotzdem hier geschwächt. Der wird auch geschwächt. Ein Schild haben wir auch noch. Der verbraucht seine. Das lasse ich jetzt mal durch. Obwohl, er könnte wahrscheinlich noch eine Hydro-Pumpe. Naja, egal. Warum hat er keine Aquahaubitze? Haben wir wieder nicht aufgepasst, ne? So. Und jetzt ist der eigentlich fast tot. Jetzt können wir was ansammeln fürs Brigadoni. Und er holt den auch rein. Und wir machen den Ice Move, falls er es nicht schildert. Aber er wird es schilden. Ja, er schildert. Genau. Aber wir werden noch ein paar Moves so drauf kriegen. Guck, 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 guck. Es ist sehr effektiv. Es nimmt ab. Und jetzt sind wir erst tot. Ja, wir nehmen mal das Maromai rein. Der lädt sich auch schnell auf. Also der macht schnell dann seinen Kreuzheb. Wir haben noch zwei Schilder. so dürfte jetzt eigentlich auch passen. Das wird den einfach so wegklatschen. Und jetzt weiß ich das letzte nicht. Das habe ich nämlich noch nicht gesehen. Und es ist noch ein Dracheflug. Da können wir jetzt einen Steinhagel drauf werfen. Vom Machomai. Weil es ja fliegt. So, ansonsten hat das Giratina mit seinen Drachenmoves vielleicht noch ein bisschen was gemacht. Aber das ist wahrscheinlich nicht mehr nötig. Ja, der macht noch. Wir werden zwar noch ab. Dann holen wir noch einmal aus und dann müsste der auch weg sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon das fünfte Match war. Von der Zeit her wird es richtig gut passen. So, wir sind jetzt gleich bei 45 Minuten. Aber ich glaube ein Kampf steht hier noch aus in dem Set. So, Pupsi hüpft. Beziehungsweise streckt ihren Arm. Pupsi. Komm, Pupsi noch ein. Und dann noch mal fünf. Also Pupsi noch sechs. Junge, 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 Junge. Kick MD. Wie es wieder hängt. Du siehst so ein Bildschirm und dann ist es irgendwie mittendrin oder was. Wechselst du, wechsel ich, ich wechsel mal und gehe jetzt hier drauf. Du kommst mit einer Attacke, ich habe das Schild einfach weggedrückt, okay. Unlicht, Schmarotzer, Bäh, nicht viel, wechsel, er wechselt, genau, und er wechselt natürlich auf Gando, boah, das heißt, wir können nichts machen. Oh, Pupsi, 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 das Giratina wird untergehen gegen das Nachtara und ich gehe hier schon unter. Guck doch mal, Pupsi. Das ist wenigstens was, was ein bisschen was aushält. was aushält. Das ist fies. Es lief doch so gut bisher. Ich brauche das Labras, das ist jetzt wichtig. Ich muss das, Gardevoir, das muss weg und das muss nach Tara muss auch weg. ich muss jetzt alles dafür tun, mit dem Labras beide zu besiegen und dann muss ich es halt am Leben erhalten, dann muss ich halt alles auffahren und das Giratina, das kann sich dann um den Rest vielleicht noch kümmern. Das schafft es bestimmt auch. So, guck mal, stell dir vor, es ist eine kleine Katze. Wäre einfach ab, egal. Wäre es ab, es wird mir sonst so knapp alles. Mann, ein Server, ein Server ist doch schön, ein Server geht doch immer mal. So, alles hektisch, und, 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 er hat, ach so, er hat auch noch abgewehrt, stimmt, da war noch was. Uuuui, ist ja wie Brendan Ten. Uuuui, na gut, das klingt wieder wie Mr. Hengi, der Weihnachtscode. Oh, ein bisschen Schaden hat er abbekommen. Los, gierige Tieder. Obwohl, wenn er jetzt seinen Move gerade gemacht hat, dann dauert es ja, bis er seinen nächsten Move macht. Vielleicht hätte ich wechseln sollen, direkt aufs Giratina, um den Rest zu machen. Jetzt wechselt er aufs Bisa Floor. Dann hätte ich doch jetzt den Eisstrahl nehmen müssen. Ich bin so fixiert gewesen, darauf, da zu drücken, dass ich den Rest natürlich jetzt versemmelt habe. So, Giratina, du darfst und du machst jetzt mal diesen. Du hast ja eigentlich eine fast volle Energie. Das sieht also eigentlich ganz gut aus. Wenn du den schaffst, jetzt hier wegzuhauen, eine volle Drachenklaue vielleicht mitzunehmen, vielleicht den wirklich nur mit den Quick Moves niederringen. Ja, das ist okay, dann macht er ihn auch noch durch. Das wird auch sicherlich eine Flora-Statue sein. Ja, müsste man also überleben. jetzt eine Drachenklaue hinterher. Ich weiß jetzt nicht, ob da Geist, aber ich glaube, Geist gegen Unlicht, das ist nur andersrum sinnvoll und nicht so rum. Also, eine drauf, noch eine zweite vielleicht, vielleicht schaffen wir noch eine. Ne, das war es. Er wird Ischmarotzer machen und es wird ne, finster Aura, aber finster Aura ist sie trotzdem. Oh mein Gott, Pupsi hat verloren. Trotzdem die längste Serie, die sie bisher hatte. Wie war das jetzt? Es geht immer noch weiter. Pupsi, wir hängen hinterher. Wir sind schon bei 50. Wir hätten das letzte Dings anfangen müssen. Eins geht doch immer so 15 bis 20 Minuten. Ich dachte, bei 45 ist Schluss. Wir sind bei 50 und sind jetzt wahrscheinlich beim fünften Kampf. Elrodit. Und es hängt wieder komplett. Und dann fängt es sozusagen wieder mitten im Kampf an. Und dann wird wieder gewechselt. Und dann geht es auf Dragoran. Jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Wechseln wir auf Labras. Ich bin mir unsicher. Und es hat Oh Mann, es wird Maromai reingeholt. Was ist denn los? Das ist jetzt aber Minus. Komplett. Sieh, man es kennt. Ich sage noch, Labra. Hätte ich einfach nicht gewechselt, dann wäre das besser gewesen. Ich glaube, die haben heimlich ihre Plätze getauscht, um mich zu ärgern. so. Jetzt das Labras jetzt brauche, weil dein Ganker nämlich mein Giratina kaputt macht, wehren wir das jetzt mal ab. Du nimmst den Spukball. Du hast ja eh schon mal abgewehrt. Ich habe jetzt auch abgewehrt. Das heißt, wenn du den abwehrst, dann hast du eh nichts mehr. Und ich weg. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Noch ein Feuer Pokémon. Also noch ein Surfer hinterher. Warum packen die mal Akani rein? Das sind die Boards. So. Jetzt ist, weiß ich nicht, jetzt ist mir das eigentlich wurscht. Schaffst du das? Ne, schaffst du auch nicht. Weiß nicht, was er für komische Moves hat. Die brauchen auf jeden Fall ewig. Der so, ah, der cheater doch, der macht immer zu Surfer. Ich konnte nicht einmal meinen Move machen. Denkt er sich so. Und wir einfach so Dauer Spam von den Moves. So, jetzt hüpft nochmal. Jetzt holen wir das ab. Wir haben wir trotzdem wieder hier die Sonderbomb Oms bekommen. Das letzte haben wir halt nicht, aber die Pokemon Belohnung, da ist schon wieder so ein Osterhase drin. Ist denn heute schon Weihnachten, deswegen gibt es auch Osterhasen. Finde ich sehr interessant, wie das funktioniert mit dem Hasenfang. Aber kontinuierlich immer die Reihe fortgesetzt und wieder gecurved und geworfen und wieder den Schwung gleich mitgenommen und wieder drauf und hin und her. Gar nicht aus der Ruhe bringen lassen, gar nicht zielen, gar nicht irgendwas. Jetzt gucken wir uns den auch mal an. Das ist auch nix. Okay. Und jetzt gehen wir hier drauf. Bin jetzt in der 4. Müssen gleich in der 5 landen. also nach den nächsten 5 kämpfen. 53 Minuten. Ja, bei einer bei einer Stunde 15 spätestens sind wir sicherlich fertig. eigentlich müsste man sogar bis eine Stunde 10 schaffen. Wir gucken mal. Kommt ja immer drauf an, wie lange es braucht, einen Gegner zu suchen. Das raubt gefühlt irgendwie die meiste Zeit. So, Giratina, da ist wieder Dings. Hier, das mit den Ohren. der wechselt auch nicht. Das finde ich ganz gut. Felinara ist drin. Ich weiß nicht, was soll ich denn machen bei Felinara? Ich mag nicht den Drachen drin lassen und ich mag nicht den Kämpfer reinholen. Also, gefühlt muss ich ja Labras nehmen. Mondgewalt, nein, Psychoschock. Ist also nicht so schlimm. Das heißt, wir haben beide fast gleich viel Energie jetzt. Der wird jetzt schilden. Der muss schilden. Das Pokémon, was er hat, ist viel zu gut. Er kann das nicht einfach sterben lassen. Das heißt natürlich im Umkehrsinn, ich muss auch schilden, wenn ich überhaupt dazu komme. Nein, ich komme gar nicht dazu. Aber ich muss Giratina reinholen und muss trotzdem jetzt schilden. Obwohl, wenn er nur Psychoschock macht, hat er nur die eine Attacke oder was. Hätte ich das auch eigentlich weglassen können. Naja, egal, wir gehen auf Nummer sicher und hauen den mal jetzt hier weg. Es wäre wahrscheinlich schlauer gewesen, den Move aufzuheben und den einfach durch die Quicks zu besiegen. Hört sich an wie eine Wahl. Giratina. Giratina. Wieso hat sein Giratina bitteschön jetzt eher den Move voll als ich? Wenn ich eher drin war und er angreifen konnte und das verstehe ich nicht. Weil der wieder andere Moves hat. Der hat einen anderen Quick Move und der hat schneller aufgeladen. Genau. Und jetzt geht es hier hin und her wie ich sehe. Er hat auch noch ein Move übrig. Ein Schild hat er noch übrig. Das war sicherlich für mich. Ne, das war es noch nicht. Und jetzt ist irgendwas anderes reingekommen und ich weiß nicht was es ist. Und hab nochmal eine Drachenklaue durchgezogen. Es ist ein Nido King. Naja gut. Ich hab eh nur noch meinen Maromai und er hat keine Schilde mehr. Ob das jetzt ausreicht? Dicker 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 Bring mich bloß nicht in Bredouille. Wusch Nicht sehr effektiv. Okay. Okay 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 Alles gut. Hab nichts gesagt. Bloß kein Erdbeben. Gift Zahn Das sieht ja aus. Jetzt singt die Verteidigung und er macht direkt den nächsten Move. Ich glaube ich kann eigentlich raus gehen. Schließlich Erdkräfte Okay Er hat mich überzeugt. Nicht lang fackeln direkt in den nächsten Der Akku ist auch schwindet Der Akku ist unter 50%. Hüpf Glatt schweinig Genau hast ja nicht gewonnen. So nicht hüpfen nicht klatschen die ganze Zeit auf den Hyperliga Button spammen dass man es irgendwann schafft doch in die Hyperliga reinzukommen So Wie sollte der Titel heißen Ich gewinne alles für Pupsi Passt ja jetzt nicht mehr aber verloren die längste Serie für Pupsi Ich kämpfe mit Pupsi Jetzt hab mal gedacht du kämpfst gegen sie Ja aber ich hab ja nicht dort stehen gehabt gegen ich hab ja mit mit ihr also so irgendwie so zusammen so irgendwas Verteidigung sinkt stark Ach Tentoxa Ich hab Du siehst ja so schön aus Da möchte ich ja nix dagegen sagen jetzt So Ich glaube das kommt einem so vor wie Steigerungshieb Der Move an sich macht nix aber danach ist der Angriff von denen einfach so heftig und jetzt wenn der angreift das ist das macht eigentlich nix aber danach mit seinen normalen Quick Moves stecke ich übelst viel ein auf einmal ist das mehlmetall habe ich das richtig gesehen ja jetzt aber richtig drücken jetzt aufs hier jetzt aufs macho mai drauf nicht schon wieder verkacken der kann auch gar nix machen denn wir haben auch schon unseren kreuz voll so der ist nicht weg macho ma ist nicht so gut in der verteidigung ja das heißt wir müssen mal ho 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 der hätte trotzdem reingeklatscht jetzt hat er sein Zeugs verloren okay er hat keine verteidigung mehr wir haben schon wieder den Toxa den Toxa wir sind gleich voll was hast du vor ist auch schon wieder abwehren und noch mal ein kreuz he wenn lapras ist noch übrig auf unserer seite schafft er den rest er schafft den rest das giratina hat ja noch die hälfte sehe ich gerade das habe ich vorher gar nicht so mit koko wei äh pflanze drache ja gut eis hat er wieder gegen unseren wassertypen vorteil wir haben gegen seinen drachentyp vielleicht einen vorteil also ist wieder sehr ausgewogen das heißt wir nehmen erstmal giratina rein dass die sich gegenseitig hier irgendwie ihre drachenschädel aneinander knallen samenbomben gut das ist jetzt nicht so aber sein quickmove haut auch rein meine auch und er ist auch noch unter gegangen vor mir labras gar nicht gebraucht labras chillt in der ecke das war der zweite noch drei stück wir sind genau bei einer stunde schaffe ich drei stück in zehn minuten ich hab für zwei stück jetzt schon sieben minuten gebraucht beziehungsweise sind jetzt acht minuten um für zwei kämpfe und ich hab noch drei also es wird wahrscheinlich doch erst doch viertel werden es ist ja eigentlich egal wenn das ding zwei stunden geht dann ist ist halt auch so so zumpex zumpex genauso ein teil eigentlich ist egal was ich nehme gefühlt alles gut gegen zumpex ich meine die drachenklaue die haut voll rein wenn ich jetzt maromai habe und mit kreuz zieht der haut irgendwie auch voll rein gleichzeitig haut labras mit seinem surfer aber auch rein also irgendwie oh ja der hat ziemlich lange gebraucht das hätte man jetzt eigentlich erahnen können beziehungsweise hätte ich den rest jetzt so machen können mein move sparen jetzt fängt er an abzuwehren gut ist wenigstens ein schild weg und dann sehe ich ja jetzt ob es nicht ausgegangen wäre nee wäre es nicht jetzt dürfte er eigentlich kein erdbeben nochmal voll haben doch okay zum glück habe ich abgewehrt also erdbeben war nochmal voll egal jetzt hier wieder dragoran ist drin dragoran ja da können wir wieder steine dann werfen oder halt mit eis aber momentan sind wir ja noch selber da er hat zwar noch einen move aber dadurch dass er natürlich noch ein schild hat nützt uns das maromai noch nix die steine können abgewehrt werden aber labras macht den rest einfach so thromborg ich auch keine ahnung was es jetzt war geist und pflanze oder irgendwas das heißt vielleicht können wir da mit er hat immer noch einen hat er hat er hat er pflanzen moves ich weiß nicht was er hat auf jeden Fall ist Eis schon mal gemütlich ja gut spukbar wäre jetzt auch nicht so gewesen wir bleiben mal weiter beim surfer ich meine quick move macht gut was wird sein letztes Schutzschild wahrscheinlich noch rausschmeißen jetzt hat er das abgewehrt genau so und jetzt kann er den rest durch machen hier was hat er dann vor ich habe noch gut energie aber nächster spukball das passt sogar das passt und jetzt nehmen wir hier das letzte und machen einfach zur sicherheit neben nicht zur sicherheit ich wollte sagen zur sicherheit nehmen wir surfer statt eisstrahl weil der schon voll ist aber er sitzt am längeren hebel aber haben wir noch ein volles macho mal mit dem wir jetzt einfach zwei drei bauch klatscher geben und dann drei nach jetzt ist es eins vier nach drei minuten eine stunde vier sieben zehn könnte ganz knapp werden aber es läuft ja die zeit weiter und es dauert immer bis du wieder in den kampf reinkommst du drückst die ganze zeit auf beitreten und willst anfangen und es zieht sich weil die Stunde ist aber auf jeden Fall trotzdem fix um finde ich und ich ohne spaß ich könnte das nie im stream machen ich könnte das nicht im stream spielen dann hätte ich alle matches wahrscheinlich verloren weil ich dann immer zwischendurch gucke und dann nachträglich was lese und dann nicht konzentriert bin und dann wieder irgendwas ist jetzt holt er hier Giratina rein okay wir lassen das Mammut Match Giratina gegen Giratina laufen wir sind nämlich trotzdem in der Oberhand eigentlich weil wir ja eher unseren Move machen können und können jetzt immer abwägen schildet er schildet er nicht er hat nicht geschildert das heißt eigentlich könnten wir einmal auch seinen durchgehen lassen das dürfte passen denn wir haben auch schon unseren und wenn er unseren durchgehen lässt dann ist er tot und wenn nicht schildet er und dann wissen wir dass wir auch schilden und dann müsste er trotzdem auch tot sein das klingt alles komisch obwohl vielleicht komme ich gar nicht mehr zum Move weil ich vorher schon tot bin und dann habe ich es nämlich total falsch Nein eigentlich habe ich es nicht es ging sich genau aus gerade so irgendwie aber ja also eigentlich hätte er den Vorteil gehabt und er hat sein zweites Schild rausgehauen ja dann Labras ein Move weg na gut er hat sein Move auch voll aber egal Drachenklaue zack jetzt hier einmal Flatsch und dann na gut zweimal Flatsch jetzt kommt er bestimmt mit seinem Sumpex wieder rein gegnerische Attacke von Sumpex ja was ist das jetzt der greift so schnell an das muss ein Aquahobby zu sein lassen wir also durch und machen Surfer wenn der jetzt länger braucht für so eine Attacke ist es vielleicht Erdbeben aber ich glaube nach zwei Surfer ist der auch weg eins wir schilden mal zur Sicherheit da war nämlich das Erdbeben genau und ein Scherox und wir wechseln hinterher und hauen gleich noch drauf auf das das dürfte uns jetzt nicht umbringen der macht bestimmt hier wieder Nachthieb oder so dieses ne er macht Kreuzschere sogar ja aber wir haben unser Move voll das war jetzt auch nur Glück ich wusste nicht was er hat ich wollte wechseln er hat auch in dem Moment gewechselt hat aber gut gepasst so haben den jetzt durchgezogen sind beim Sumpex zurück hä hat er jetzt aufgegeben oder war sein Sumpex tot haben jetzt Zeit gespart dadurch es ist 1.07 also es ist nicht 1.07 es ist 1.01 aber die Stunde ist 1.07 aufgenommen es ist komplett egal it doesn't matter what time it is so zwei matches noch zwei matches zwei ändert ruhig die attacken die ganze zeit wie ihr wollt ich hab meins und ich mach das so wie es ist so 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 es verändert sich so viel bei GBL immer zu da blickt doch keine Sau durch bin ich froh dass ich dieses eine Team habe mit dem ich eigentlich immer spiele und auf biegen und brechen dann irgendwann immer Rang 20 werde und das reicht mir da kriege ich meine Top Lade TM mehr ist es nicht so gegnerische Attacke was kann der jetzt heftiges haben man weiß es nicht aber ich schilde lieber mal bevor der mich umhaut denn eigentlich stehe ich grad viel zu gut da als dass der mich jetzt einfach weg boxt passt sagen wir beide hier was nettes er kommt zurück mit pflanze und gift ne da kann er ruhig meinen maromites umbringen in ruhe wenn er dann fertig ist komme ich nämlich mit dem giratiner zurück sogar nochmal den kreuz hieb voll der geht wirklich relativ fix ist halt eben gut zum schild raus loggen so war jetzt nicht viel schaden egal der ist weg und wir holen einfach das giratiner zurück vom anfang weil das halt gemütlich ausgeteilt hat soll das ampharos wieder zurück wenn wir labras jetzt drin hätten ich meine seine pflanze wäre gut gegen labras gewesen und das ampharos wäre jetzt noch schlimmer gegen labras gewesen ist schon gut dass wir jetzt mit giratiner das ampharos vielleicht weg kriegen labras ja trotzdem mit den eis attacken als quick noch mehr nützlichkeit aufweist jetzt wollte ich eigentlich nicht den move einsetzen aber ich mein daumen war zu schwer das hätte ich doch jetzt sicherlich normal hingekriegt und den rest mit zum bisa floor genommen obwohl das eigentlich auch gut aussieht also müsste eigentlich die nächste drachenklaue noch drauf gehen hier ist eh gleich voll so dann frisst das oder Ramses Minus so gut wie nie für Pupsi ja irgendwie so ähnlich irgendwas wird einem schon einfallen jetzt ist es bei 1 10 und das war es das war das wir haben es doch bei 1 Minute 10 äh bei 1 Stunde 10 geschafft folgenzeit und den letzten Encounter haben da ein Lorblatt drin so nehmen das noch mit oder auch nicht vor allem vor allem wieso zeigt das eigentlich nichts an hier hinten ich bin ein Lorblatt okay ja probieren wir es nochmal wenn es aufhört sich aufzuhängen das hängt schon wieder das beste internet weg was ist denn das ist das normal ist das immer so oder was ich verstehe es nicht jetzt gehe ich wieder raus jetzt gehe ich wieder rein versuche ich es wieder zu fangen hat das schon mal jemand gehabt ja es ist ein bug immer drauf achten müssen ob meine Bälle abnehmen ja ja und es ist wieder weg keine ahnung ich glaube auch nicht dass Pupsi jetzt auf einmal im Spiel ist und irgendwas gemacht hat irgendwo weil es ist mitten in der Nacht die wird eigentlich schlafen wenn dann steht es ja nicht auf um hier im Spiel irgendwas zu machen ja das wäre ja Quatsch jo kann ich nicht fangen keine ahnung wäre jetzt hier noch der nächste Aufstieg gewesen zu Rang 5 dann wäre das so geklappt wunderbar aber irgendwie will es halt nicht und wenn es nicht will dann okay dann schicken wir das Video an der Yentech und sagen tschüss und dann sagen die so ja das ist so gewollt ich kann es nicht fangen ich kann es nicht fangen keine Ahnung könnt ihr es fangen habt ihr es schon mal gefangen längste Serie 13 hier guck dir das an längste Serie 13 peace out vorhaut das ist für dich Pupsi wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin habe ich schon gesagt das können wir wieder weg machen und wie fandet ihr Ramses Minus habt ihr da Bock dass das wieder öfters kommen soll vielleicht einmal pro Woche vielleicht immer mal so an einem Freitag so eine lange Folge die man sich so angucken kann ins Wochenende hinein dann sagt Bescheid bis zum nächsten Mal peace out vorhaut euer Ramses zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020